Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted, Drakes Schicksal. Hey! Wow, 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 wow! Streit oder was? Boom! Nicht ein Glückstag! Deiner sowieso nicht. Wieso versteckt der sich da auch drin? Ist irgendwie behindert im Kopf. Er ist da drüben! Nein, die haben mich. Lol. Der hatte wohl kein leichtes Leben. Äh. 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 Hm. Ja. Kann ich... Ah. Hm. Ja. Ja, auch sehr einfach gewesen. Darüber! Ja, komm, das muss so irgendeinen Grund haben, dass ich dann hier drauf kann. Boah! Ah. Achso, hochkleidern. Ich dachte jetzt so ein bisschen, schwingen dein Ding. Ups! Äh. 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 Ich glaube, jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Nee, ich kann ja... Aha. Wow, 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 wow. Ja, okay, okay, okay. Okay. Da. Ja, das war jetzt aber obviest. Zwei Wege. Das kann er aber nicht machen. Zwei Wege geben. Oh. Und das schaffst du. Okay, wenn es nicht so geht. Denn nur so. Boah. Wo gibt er sich erst mal? Jetzt muss ich aber kurz mal gucken. Wo wäre ich denn hingekommen, wenn ich nach rechts gegangen wäre? Zu einer Stelle, die ich gebraucht hätte. Okay. Gut zu wissen. Dann nochmal runter. Noch einer. Äh. Hat mir auch gedacht. Na, nice. Ich hasse es, wenn man zuerst den Richtigen kriegt. Und nochmal. Na, wo ist es denn? Da. Oh. Oh, was hat sich da oben denn jetzt gerade bewegt? Habt ihr... Das ist auch gesehen. Das sah aber gerade nicht wie ein Mensch aus. Na, ich hätte gedacht, das wäre jetzt mehr als einer. Hat sich auch so angehört wie... ...mehrere. Aber egal. Ich bin jetzt oben. Ich bin auch Kunde der Welt. Zumindest von der noch übrig ist. Ah. Das sei. Hui. Nein. Achso. Oder... Kommt da irgendwas noch? Näh. Ich weiß nicht. Soll ich es da reinlassen? Hier geht es sonst nur wieder auf die Eier. Aber andererseits... Oh, das sieht nice aus. Endlich mal was Wertvolles gefunden. Was auch wertvoll aussieht. Scheint nicht aufzugehen. Ja, ja, ja. Was will er mir damit sagen? Nein! Oh! Nein! Wow! Ach du Scheiße. Moment. Moment. Ist da ein Schloss dran? Da ist ein Schloss dran. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. La 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 la. Ja, er will immer noch fliehen. Hoffentlich entscheidet er sich noch um, weil... Dann wären sie ja alle umsonst gestorben. Ja, gut, was heißt alle? Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Calao, Peru. Ladung 800 Goldbahnen, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Hm. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sig Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Oh, schade. Komm, hier muss doch irgendwo so ein kleines Schätzchen rumgammeln. Schade. Hier, da oben gammeln jetzt schon wieder welche. Können wir auch mal... Wow! Bisschen vor... So gönnen. Scheiße. Ich renne auch noch voll rein. Gib dir gleich keine Gefangenen. Bulet! Ich bin aber kein Bulet. Ich bin aber kein Blödsinn. Da. Sie ist ein Mützchen. Aber ich glaube, das reicht nicht, um ihn zu killen. Oder doch? Oberschenkelmuskel getroffen. Und den Kopf. Überraschung! Bleibt die Tee hoch! Hat die die gerade geworfen oder haben die sich gerade selbst umgebracht? Nee, die kann auch gerade Karnaten werfen. Einen von dort oben. Oh, ich seh den nicht. Aha! Ich hab ihn noch nicht erwischt. Jetzt hab ich ihn erwischt. Wow! Fuck! Der ist aber schnell tot. Gibt's aber zwei Wege. Wo geht's denn hier lang? Nein! Zu einem Schatz. So langsam werden die Sachen wertvoller. Achso, hier geht's genauso. So langsam wie auf der Seite. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist? Ich dürfte vielleicht auch mal erfahren, wieso sie jetzt oh mein Gott gesagt hat. Oh! Ob's da wohl weiter... Geht? Was war denn das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles klar, es geht triggert. Ah ne! Okay. Zu wissen, es geht dann doch wieder runter. Kann ich hier irgendwie noch was machen? Ne. Scheint nicht so. Hui! Wo? Da will ich nicht runterfallen. Aber hier kann ich gerne runterfallen. Das sah jetzt etwas merkwürdig aus. Ah, Muniz. Oh, dann kann man nochmal gut gebrauchen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Komm, Maddy. Dann lass uns mal ein bisschen... Kommt hier eigentlich aus gutem Grund nicht. Ich könnte wetten... Wenn ich das dann rumhabe... ...und draußen bin... Ah doch, ich komme mit. Tschöne. Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleibe ich nicht hier und du kommst... ...gleich wieder und holst mich ab? Okay. Was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur... ...naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Girl. Ja. Was? War das denn? Hui. Genau. Spring. Spring. Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Nee, so wird das nix. Ach, gehe ich einfach den Weg. Wieso ist da ein verdammtes Schloss vor? Hui. Oh, oh. Ähm. Und schon. Läuft. Er ist hier drüben. Was? Was du? Scheiße, Alter. Hört auf. Wir haben ihn. Puh. Alter. Das kann man doch gar nicht mehr erzählen. Da drüben. Das ist ein Ende. Ja. Er hat keine Chance. Fall einfach runter. Fall einfach runter. Er ist hier drüben. Au. Bis dann. Ich hab Bock auf euch. Ja, das ist er. Okay. Ziehen wir es durch, Bitch. Oh, wer ballert denn da jetzt rum? Du, oder? Was ist das doch? Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? So. Was hat der mir da gerade angezeigt? Erzählen. Ach so. Puff. Neee. Noch ein Tipp? Achso. Geht wieder ums Leiche. Oh, gerade so. Komm schon. Komm schon. Ah. Ah. Bitte elf. Gefangen. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Aber wie es weiter geht. Wie wir dort unten übelst krepieren und alles mögliche passiert. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.